So, wir sind live. Ich hab ja jetzt mit dir, ich bin da live. Muss ich noch hier mein TikTok live starten? Mir auch? Ah stimmt, ich hab noch kein Bild für... Das ist immer so dämlich. Du musst bei TikTok immer schon ein Cover hochladen. Ja, ich kenn das. Was da fehlt? Komm, du musst Marcel zeigen, was für eine sexy Ausstrahlung du hast. Bleib mal hier, weil du rennst weg. Ich weiß, dass das du wegrennst. Hier haben wir einmal den sexy Strickpullover. Ja, so ähnlich ist meiner auch. Was ist der sexy Strickpullover? Ja, du findest dich selbst hübsch, ne? Du findest dich sehr hübsch? Sehr hübsch. Da haben wir einmal den. Hübsch, ne? Mhm. Ich kann einen kackbrauen Pullover. Okay. Ausziehen. Pfötchen raus. Das stinkt. Der muss gewaschen werden. Okay, Bibi. Pfötchen? Du hilfst mir nicht! Oh, Paki, wie ein Stein. Ja, komm, dann wieg dich. Bruder. So? Einmal. Und jetzt das Mältötchen. Ich hab dir den Mantel noch nie angezogen, Paki. Ich glaub, er ist so. Siehst richtig famous bitch aus. Weißt du das? So? Pass auf, dass ich nicht dein Stückchen ein... Sein Stückchen. Ich lass das nachher da ein bisschen... Sein Stückchen. Hier haben wir die andere Version. Hier haben wir die schöne Regenjacke. Kannst du hier noch aufstecken. so. So. Mashallah. Ich bin ja an. Kannst du aber auch runter machen. hier ist für die leine siehst du aus in shallah bruder sexy hexy du brauchst noch einen pulli also siehst richtig hübsch aus schönste von allen hunden mal wieder auf das auf nicht was warum weißt du denn jetzt eine zähne wieso geht er von dem bildschirm auf dem bildschirm das ist doch blödsinn er hat aber noch eine jacke aber ich weiß nicht wo die ist so richtigen paddington bear mäßig weiß und er hat ein schlips auch noch ja paki es ist ist first class ich müsste gucken wo ist der schlips wo hat papa den schlips und er ist irgendwie richtig sind denke ich mal es ist schlimm Wird schon passen. Suchende Zubehör wird es teuer. So, dann starten wir mal das Game. Computer sagt nein. Das geht nicht. Guck ihn dir an, Mashallah! Oh, geil, ey. Guck ihn dir an. Er hat auch noch eine Fliege. Also das hier ist halt rot, aber er hat es auch noch in schwarz. Er guckt so, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Mashallah. Guck mich hier raus. Genial. Oh, wow, ey. Er guckt auch immer so hoch, weil er sich so richtig gut fühlt. Er präsentiert sich. vidaurig ist hier aber nicht, okay, Ab kreuen wir. Tapi noch mal, dass wir die Fliege ausprobieren lassen. auch. Aber es ist das Problem. Wir sind auch nicht so, dass wir mit einer Fliege abwürdig sind. Wir sind auch nicht so, weil wir wollen, wir sind nicht so, dass wir uns immer noch das Problem haben. Wir sind auch nicht so großartig. то ja wir gehen wir da. Und dann macht es nicht mehr. Und dann macht es schnell einen Blick. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Einzige, was ich echt dumm finde am Spiel, ist die Musik. Ist halt gar nicht wie Avatar. Ich höre die Musik gar nicht. Nee, da haben die sich echt was entgehen lassen. Komm, ich fange jetzt auch an, Navi zu lernen. Bist du auch Navi, Paki? Das ist immer noch Marcel. Was ist denn du für eine? Ich will nur meine Hauptquests machen. Ja gut, das Spiel nimmt schon etwas Leistung, weil wenn ich so die Specs hier sehe. Mindestanforderung ist Intel i7 von der sechsten Generation. Das ist welches Spiel redest du? Von Starfield. Starfield, ja, ist brutal. Nvidia GeForce 1070 Ti Mindestgrafik. 1070, der spielt es ja komplett auf Load an. Ja. Alter. Ich muss das jetzt gar nicht mal gucken. Wenn mein PC es jetzt nicht schafft, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und empfohlen wird, dass es sauber läuft. i5 von der zehnten Generation. Eine RTX 2080. Sind wir ja alle drüber, ne? Aber was ich jetzt nicht verstehe, wieso mein Spiel, ich habe es runtergeladen und es ist auf Englisch. Das wusste ich auch nicht. Kann es sein in Einstellungen nicht irgendwas machen? Das ist gerade, ich suche gerade, wie blöd in den Einstellungen für die Sprache umzuhören. Ähm, wenn ich es auf Englisch spielen muss, dann spiele ich es halt auf Englisch. Das stört mich jetzt weniger. Ähm, da fehlt. Ähm, language. Er hat sich jetzt vollengelassen mit dem ganzen Gewicht. Okay. Ich bin fast, so? Du? Mhm. Er weiß doch, wie er ist. Knalltüter. Ich fall aber jetzt nicht runter, ne? Ich versuche mir die Wörter alle zu merken. Diese Sandu. Ha. Und die Navi. Bist du auch ein Navi, Paki? Nein, du bist diese kleine Ratte, die da ständig versuche mich zu töten, ne? Du bist die. Ah, ich muss bei Audio gehen. Jetzt verstehe ich. Jägerrast. Okay, ich bin richtig. Okay, ich glaube, ich muss einmal das Spiel mal starten. Und dann gucken wir weiter. Oh, ein Icon. Kann ich ihn klauen? Oh, wie nimm ich meinen Ekran? Ich brauch so einen richtig geilen Namen. Paki. Oh, oh, oh. Ich hab ne andere Kerze angemacht. Bethesda Game Studio Present. Hä? Ich hab nur zwei. Alter, mach die aus. Mach die aus. Ja. Die, nicht die von Gabi, die andere. Die von Gabi. Das war gefährlich. Ja, dann, dann was. Do not touch. Do not touch. Jetzt hast du seinen ganzen Flex auseinandergebracht. Nein. Poich! Poich, Paki, poich! Paki, poich! 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 Willst du hier bleiben oder willst du ins Wohnzimmer? Wo willst du hin? Wenn du gehen willst, ist das in Ordnung. Paki! Hm, mein Schatz. Oh, ich hab einen Boden bekommen. Oh. Weil ich den jetzt vorgelabert hab. Auch ein schwerer Boden. Ja, ja. Ziele mithilfe deiner auf die Schwarzstellen immer so... Du kannst auch an mir. Wo ist der Boden? Also nicht dumm. Ah, Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen, Bruder. Wie kann ich das denn jetzt auswechseln? Ach, Mann. So viele Fragen. Ist das jetzt schon der schwerer Bogen? Sieht so aus. Nee, das ist Langbogen. Ich check die, ähm... Nein! 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 Jetzt wollte ich fast aus dem Spiegelgang packen. Wenn du jetzt hier einen auf Jumping Master machst, ich schwör's dir. Wo ist denn dieses Scheiß-Teil jetzt? Ich hab ihn doch angenommen, oder? Ah, das ist ultra schwer. Mal ausrüsten hier. Hm? Das hier ist der schwere Bogen. Das hier ist der Schwachstelle des Ziels beim Jägersahn. Oh. Ja, 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 ich geh ja weg von dir. Mein Gott! So klau ich hier auch noch. Was soll ich denn jetzt abknallen? Ich hab's nicht verstanden. Ach, ich bin so dumm, ne? Penner. Wie schön dieser Ekran ist. Was? Scheiße, das spielt jetzt zwar richtig geil aus. Die Details. Du fällst, du fällst, du... So kann ich nicht spielen. Ich brauch beide Hände. Ich musste auch langsamer kurz an den Kühlschrank, aber ich kann grad nicht aufstehen. Guck hier, er liegt hier in der... in meinem Arm. Gaffeechen-Controller auf dich drauf? Okay, Dankeschön. Hallo Kevin! Kevin? Marcel hat dir gerade gewunken. Oh, ey, Dobi hat sich voll erschrocken, Alter. Paki ist aufgestanden. Entschuldige. Ey, du tränke! Jetzt wärst du Paki auch nicht vorher gelungen. Ja, geil! Komm, geh ins Köpchen. NICHT! Da ist meine Ratte! Wie alt ist er? Zwei hast du gesagt, ne? Ne, drei ungefähr. Drei, drei. Ja, guck jetzt steht Paki hier und wartet auf dich. Ich sage jetzt deine grandpa. was solltest du? Wo ist deineратte, deine Zuhause? Drei, 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 vier, ruate. Kräger, wir sind bei dir in der Beschreibung und destroy euch den cựren. Aber das ist dein Kuss. Wann ist das? Drei, drei, zwei, drei, vier, drei, vier. Drei, vier, vier, drei, vier, 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 vier. Den Kuss. Ich hör nur auf dich. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe Du bist du? Du bist du strengst! Wer bist du? Wer bist du? Wir sind Henkel! Mal gucken was du guckt und mal sehen. Da läuft eine Versammlung, Kevin. Ich verstehe wieso die Mindest-Settings so hoch sind. Ja, das Ding ist, wenn du das auf Ultra spielen willst, ey, da hast du das Gefühl, also mit deinem Setup oder mit jeglichem anderen Setup, wenn du das Spiel auf Ultra spielst, hast du da gefühlt nur 20 FPS. So, ich habe jetzt Ultra-Einstellungen, also die Details sind überheftig, die Tiefe, die du drin hast. Ja. Warte, wir müssen die Katze kurz einfangen. Okay. Jetzt mit der Katze. Diese Flüchtlinge gegangen, die hat keinen Bock mehr auf Kevin. Geil, ich kann Bergbau betreiben, Steine ausschlagen. Ich fühle mich wie in Afrika. Oh, wow. Ja. Komm, es ist Zeit. Du bist mit mir. Komm, mit mir. Und hier. Und hier. 3, 2, 1. Alright, Standard readings, clean break. Shut it down. Let's go! Das ist so cool. Nein, du musst dich aufschrauben. Nein, du musst dich aufschrauben. um und und hold lb to turn to flashlights Ohn, auf. Ja, ähm... Ah, okay. Was hat er dann gestern gemacht? Ne? Wolltest du's nicht erzählen? Warum? Weil wir uns dafür schämen. Weil wir uns dafür schämen. Was ist das? Wolltest du's nicht erzählen? Was hat... Evan hat sich gestern komplett weggeschossen. Er kam nach Hause, er war voll, er ist getorkelt, er hat die ganze Zeit... Ah, ja, richtig, er hatte ja Personalfall. Ja, er war, er war voll. Dann hat er ständig gelacht, er hat ständig gelacht. Heute Morgen ging er dann raus mit den Hunden und hat draußen in den Busch gekotzt. Ähm... K.W. Das mischt den noch. Ah, K.W. Er war am vollsten von all den Leuten. War nicht sein Chef. Ne. Kevin war gestern die Schnapsdrosse. Frau K.W. Alles richtig gemacht. Ja, wenn du was sagst, zu seiner Verteidigung. Was war das? Ich hab gesagt, er passt gut in die Familie. Meine Oma stets besoffen. Seine Mom stets besoffen. Ich bin mal gespannt, was meine Chefin morgen alles zu trinken kauft. Die Monate. Ob sie meine... Ja, wär ja jetzt auch nicht so schlimm, aber... Sie bestellt ja über Flaschenpost. Und ich trink halt nur Kiezmische. Also Radler. Ja. Oder halt 43er mit Maracuja, sagst du. Und wenn sie das holt, dann... Kriegst du eine Bionade. Okay. Ja, ja. Ist ganz alleine laufen. Wir haben geguckt. Oh, ein Gino! Ich muss halt rausfinden, wo er ist. So. 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 So, so. 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 One, three, two, three, three,... So, so. So, so. So, so. And, and what they? Nervt mich, ich bin doch hier kein Dingens. Ja, Yolo. Er kann jetzt überall sein. Ja, ich bin doch hier. Ich habe schon eine Fährte. Ja, ich habe halt echt Angst, dass der mir jetzt so eine Volle in die Fresse gibt. Das ist ein Jungtier. Ach so, da sind ja Waffen dabei. Ja, und dann? Du denkst, mein kleiner Bogen hier hilft mir? Ja, na klar. Was ist denn das? Ist das schon ein Vieh? Marcel, ich glaube, das ist eins. Was? Na dann. Da ist noch ein... Da sind ein paar. Wie viele sind das? Das ist ein Stock. Drei. Lurumbi ist Jungtier. Ich habe echt Angst. Ich will kein Jungtier. Was ist das? Was macht der? Okay, das ist kein Freund von uns. Was? Was? Jungtier. Das ist bestimmt dieser, der Sully im Spiel reitet. Dieser Turuk Mokdu. Und jetzt hat er meine Fährte verfuckt. Okay, Marcel? Ja. Ich habe keinen Plan, wo ich draufballern soll. Im Augenkopf. Das gelbe, das gelbe, glaube ich, ist seine, ist seine Dingens. Ja. Das Herz. Ist weg. Da kann man eine Hand zittert. Da ist noch ein Bruder auf der Seite hier. Mann, bleibt doch stehen. Ich brauche ein Ziel, was stehen bleibt. Und dann geht der weg. Ich will schon gerne, ungerne ein Tier erschießen. Doch, töte. Töte. Nein. Jetzt wacke ich. Wir sind so lange um die herum, bis die mich sehen. Weil so dumm bin ich. Ich glaube genau, dass das gerade passiert. Ja. Guck, jetzt rennen die weg. Ah, die sind echt dumm. Die rennen ja nur einen Zentimeter weg. Warum sehe ich die jetzt nicht mehr? Ich bin eine richtige Jägerin. Wisst ihr? Ich renne 20 mal um das Vieh herum. Ich sehe die halt gerade nicht. Das nervt mich ein bisschen. Ich glaube, ich nehme das da. Warum wird die Stelle jetzt nicht angezeigt? Ach, das ist ein Po. Ah, ich bin teilweise ein Po. Oh, Marcel. Ich habe ihn. Ein Schuss. Ein Schuss. Und die anderen haben es nicht mal gecheckt, dass ich ihren Bruder hier gekillt habe. Oh. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ah, das machen sie immer. Und jetzt werde ich platt gemacht von dem anderen. Wundern. Sehe dich ich habe dich gefuttert. Gerrit, sie sollten in der Nähe des Herdes... Ab Wiedersehen. Jetzt habe ich einen ihrer Homies umgebracht. Ich bin zu faul. Wo war ich denn? Hier, Schnellreise. YOLO. Faul. So Penzal war so lange? Das kann doch gar nicht sein. Er hat gesagt, er meldet sich, wenn er wach ist. Komm her. 1947. Ohlala! Aufgefangen. Bitte auch. I got not. Geri zu ne Vika im Heimatbaum. Ach du fuck, das war die falsche Stelle. Also, die aus meiner Community können richtig gut englisch. Deswegen konnte ich zum Glück auf den Schwein schauen, ne? Ich habe manchmal auch nichts verschwarten, als ob ich dann mit dem Fach Chinesisch gesprochen wurde. Wo ist es jetzt halt, dass ich dann auch englisch habe. Nein. Not a Wolf. Oh, wow. Oh, wow. Nein, ich bin deine Mutter. Okay, ich kann ja hier alles glauben, was ich will. Jetzt kommen wir auf einmal die Polen aus. Okay. Ja. Nein. Nein, ich will das nicht testen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann auch Leute einfach random töten. Das kannst du durchaus auch sagen. Oh, hier liegt dein Tablet. Kann ich das mitnehmen? Das ist Argos für dich. Squeeze every credit they can. Alright, Dusty. Hey, you did a good job, alright? Argos needs people like you. Now, let's go. Select the area in the lower right to access to investor. Okay. Lali, boi, lali. Okay. 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 Jetzt mach ich das mal über den Dings. Aua. Digga. Ja, Rudi, hier ist mal kurz angeschrieben. Oh. Und? Du bist so ein。 Und? Wem? Wem? Sprich nicht, Katnatt. Nee, du willst wirklich wissen, wie die heißen, Mann. Bist du Katnatt? Nee, du bist Gitandi. Wer bist du? Ich weiß gar keinen Namen. Ich gibt Kangi. Ich brauch Katnatt. Wer bist du? Bist du Katnatt? Nein. Nein, du interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Du willst mir nur eine neue Quest geben. Na, ich hab's gesehen. Katnatt? Koranu, fuck! Aber mit Cover richtig. Katnatt. Im Versammlungsraum. Gibt's hier irgendwie ne Karte in so, ähm... Vom Inneren vom Baum? Webstube. Feuerstelle. Schäferhöhle. Halt die Klappe. Oh! Hier kann ich klauen. Ich klau. Ja, ich bin's Haran-Thou. Was ist das hier? Heilkreis. Boah. Ach du meine Fresse, der Heilkreis. Da gehen wir ganz schön wieder weg. Hab ich was klauen? Nein. Wäre es klug, auf ein radioaktives Gefäß zu schießen? Ja. Ja, einfach machen. Ja. Versteh die Frage nicht. Ja, es kann explodieren. Mhm, mhm, mhm. Oh, ich hab jetzt ne zweite Waffe. Oh, ich habe eine neue Waffe gefunden Von 4 Damage gehe ich jetzt auf 11 Wow Pew, pew Ja Mensch, sieht das Raumschiff hässlich aus Cutnut? Cutnut! Hallo, ich spreche mit dir Barrette Barrette? Linn! Ein langes Zeitpunkt Ja, es ist. Das Mino ist mit mir, richtig? Kazaar, Helvo, wie dieser Ort. Räuer Mineral-Kontrakt. Die Zähne sind jetzt ein bisschen mehr sofistikiert, hm? Ja So, you found something Right here Du bist so stehend Also Der Krieg kommt egal wie, Junge Das regt sich Kevin schon wieder auf Oh nein Puscht er wieder Hm Hm Is that right cowboy? Went on a trip, huh? Well You could say that the infinite possibilities of the universal Oh Mann, du und dein Ewa 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 Okay That's why I like you in all business Barrette? The Scanners on the frontier are reporting a shit coming in hot from orbit I really thought I lost them Barrette? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nifiozo 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 Es müsste eine Karte geben für dieses Dingens hier Für das Innere vom Heimatbaum Und es fällt mir drauf Ich hab mir die Karte Ich hab' nicht da hin Ich hab' nicht da hin Le اCHO LÖ GERÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ LÖ BE A LA LÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ So hübsch gemacht aber ne Da sind bei so ASG keine neuen Lieder Gestern haben wir neue Lieder da gebracht. Ernsthaft? Von U2. Beautiful day gibts. Ja. Ähm, die war von denen, es war gestern noch da von... ...Imagine Dragons. Heartbreaker. Ist neu. Redet die echt vom Schmetterling? Jetzt kommt Avatar Musik. Boah, Mr. Beast ist auch wieder drin. Oh, John Wick. Der wird nur heute drin sein. Was? Ja. John Wick? Oh, Alter. Echt jetzt? Mhm. Äh, der alte Skin oder habe die einen neuen gemacht? Die haben einen neuen Stil reingebracht. Okay, weil... Ich hab den allerersten, den voraus kann. Er ist nur heute drin. Du bist mit mir in Constellation. Du bist ein Teil davon. Du bist jetzt ein Teil davon. Marvellous. Oh nein, Barrett. Nein! Du bist mit mir. Ich kann doch nichts dafür, dass ich da eingefroren war 17 Jahre. Ja. Du auch. Wo? Wo? Wo, um Gottes Namen, ist denn jetzt diese Klippe? Äh... Echt? Wo ist jemand? Rackenfisch. Hm. Kinglor ist ein Schmetterling. Es gibt auch zwei Pakete. Eins für Rettet die Welt und eins ein normales. Oh. None of that's settled. Kingfurt. Vosco! Get him to the line! No deviations unless absolutely necessary. Rettet die Welt ist scheiße. Nee, der eine Skin hier für 5 Euro. Indigo. Äh, John. So eine komplette Lina eine Tante mit einem großen Hut. Oh, und hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Ihr Warte. Yeah, sharpness macht quatsch bekommen. Hey, look at that. Oh Gott. Hahaha. Ja, und das ist der neue Stil. Epo, das ist für dich. Haha. Oh. Oh. Oh, das hier ist gut. Das nehme ich. Äh, sprich mir empfehle beim Schimmergipfellager. Das Lager ist östlich, das gewohnt und nördlich. Mann, also hier musst du wirklich Pfadfinder sein, wa? Äh. 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 Sag doch einfach, dass ich da hin muss. Was ist das? Was ist das? Kann ich das irgendwie markieren? Ja. Okay. Cool. Ich bin halt wieder hier. Und ich muss den ganzen Arsch jetzt wieder dahin bewegen. Ah. Ich bin beim Schimmergipfell. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich zu fest mache. Also, kannst du mir ein Verbeißen einmal in einem Sandwich und lässt es dann liegen. Aber das ist, das sind die Macher von Fallout, ne? Das ist die Logik von Fallout. Und dann steht da noch sehr schön angebissenes Sandwich. Von hier bis dahin. Zu Fuß. Nein. Ich habe nicht genug, äh, genug Skill-Quests. Egal. Äh. Okay. Ja, ich muss raus. Ich muss hier raus. Ah, ich komme hier sogar raus. Ich gehe richtig. Ich will diese Pflanzen, die hier so zugehen, diese. Ich habe das im Film schon so toll. Ich habe das gemerkt. Puh, 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 Puh. Ja. Puh, 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 Puh. Ready to take off. Ah, ich fühle das gar nicht noch meine Avatar selbst Musik an, weil es nicht fühle Musik an, weil ich fühle Musik an, ich weiß gar nicht. der Mann soll nicht ändern, weil er völlig ist. Kevin? Marcel fragt, ob er mit dem Mitglied spielen darf. Ja, okay. Er soll sich nämlich einladen. Okay, er stirbt gerade. Da kannst du direkt mitspielen. Ja, ja. Er schreit. Ja, dann komm ein Discord, Kevin. Dann kannst du mit Marcel reden. Ich bin jetzt ein bisschen drin in Avatar, weißt du, wenn ich jetzt aufhöre, dann... Ich will echt den Ikran noch bekommen. Dann machst du aus. Nö. Die Leute haben gesagt, wenn du den Ikran bis hast, ist es viel einfacher, weil da musst du nicht mehr 26.000 Kilometer laufen, sondern du fliegst einfach. Und dann hast du ja auch noch das Reittier. Und bei Harry Potter war es halt dann auch viel chilliger, wenn du den Besen hattest. Und das Reittier. Ich hatte die eine Edition, wo du schon von Anfang an so ein echt geiles Reittier hattest, aber ich konnte das erst nutzen, wenn ich den Vogel, den Greifvogel freischalte. Ja. Voll dumm. Ich hab halt meine Musik jetzt an. Warte. Ja. Ich will nur das laufen haben. Was bist du denn? Das ist auch was Süßes. Ich weiß nicht. Nein, du musst in Discord kommen. Was ist denn jetzt so schlimm, daran in Discord zu kommen? Ist ja nur Beppe und Marcel, sonst ist niemand da. Und es ist auf Privat gestellt, es kommt niemand rein kennen. Es ist auf Privat gestellt. Und nur VIPs kommen rein. Das heißt, in meinen Chat, ich hab einen neuen gemacht. Du bist doch VIP! Du würdest den Chat nicht mal sehen, wenn du nicht VIP wärst. Die Einzigen, die noch reinkommen, sind Zwerber und Jana. Oh. Kamen! Oh, hallo. Bleibt ja nur noch Gabi, Gabi ist ja nur noch der Einzige, der kein VIP dann ist. Und Loxi. Und Loxi auch. Aber ich hab das mit Absicht gemacht, genau. Oder das mit Loxi nicht mehr auf den Sack geht. Genau. Okay. Nein, dagegen war mir einfach ein bisschen zu viel. Ich mag halt das nicht, das ständige dumme Laber gegen, ähm, gegen Salva. Ich weiß echt nicht, mit wem ich reden muss, ja. Ich weiß echt nicht, mit wem ich reden muss, ja. Oh nein, jetzt hab ich schon wieder, ich hab schon wieder eine Quest angenommen. Sehr gut. Also ich hab gehört, es gibt übertrieben viele Sidequests. Aber es ist halt besser, das wirklich zu den Vogeln, also den Wellensittich. Gibt's irgendwas Neues Kevin? Was? Gibt's irgendwas Neues im Spiel? Ich denke nicht. Dann haben wir das zuerst gespielt. Ähm, Battle Royale vor ein paar Wochen. Vor letzte Woche. Ja. Ah, gefunden. Lass mal entrollen. Erstmal ein bisschen abseits. Ja. Nein, ich hab wieder angegriffen. Das wird beginnen. Komm her, du stirbst. Oder ich sterbe. Wenn mein Aim so scheiße ist. Nein! Ist hier denn ein Bunker drin, oder was? Oh lol. Ja, genau. Das macht so gute Musik. Das ist mein Gleiter. Ja. 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 Zwei Teams. Jetzt hab ich gar nicht zugehört, was die Tante gesagt hat. Einen hab ich. Ja. 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 Sehr gut. Ey, ich bin hier echt nur am hin und her rennen, wa? Ja. 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 Und nehmen wir uns das Kopf halt vor, wa? Gute Sorgen, ja. Ich schlafe unten lang. Ja, ist ja gut, der war alleine. Was gibt's hier irgendwas? Hier sind welche? Okay, der war alleine. Tschüss, was hast du denn hier alles, Alter? Tschüss, Kopfputzengewehr. Ja. Hm. 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 Mach aber aus. Scheiße. Nicht bald die. Der Zug ist hier. Der war hier. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 Da ist noch mal ein. Ja. 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 Warum läuft der hier auch alleine rum? Selbst schuld. Tja. Das war gerade haarscharf. Oh mein Gott, ich habe mich gerade selbst in die Luft geknallt. Okay, da war der Letzter. War sein Maid anscheinend. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Jetzt sind wir ja wieder hier unten. Be careful, Captain. Alien creatures are often unpredictable. Alien creatures, nicht cool. Ha, hier im Spiel beweisen sie es. Es gibt Leben auf anderen Planeten. Das denke ich sowieso. Ja, ich auch. Es ist arrogant von den Menschen zu denken, dass sie die einzigen wären, die hier sind. Ach, das gibt keine Ahnung wie viele Planeten, ey. Genau. Haben da schon bewiesen, dass es extrem viele erdähnliche Planeten gibt? Nur weil wir nicht da leben können, heißt das auch nicht, dass andere nicht da leben können. Hm, also. Mal sehen wir uns auch noch. Vor mir sind Schüsse Ja, wo das blaue Fass ist, ungefähr Ja, da läuft einer Ja, ist down, war alleine Oh, mir sind aber noch welche Ja, der Kreis kommt zu dir Ah, die sind hier Ich glaube, ich glaube, ich glaube Ich glaube, ich glaube, ich glaube Jo, der Der trifft den Schuss Boah, sehr gut Sehr gut Zwei Leben Noch nicht sein, dass der so viel stärker ist als ich Ich schreien doch Dann komm Weil er mit ihren eigenen Waffen aufsehen und sie gehen nicht tot Jetzt wurde es knackig, ha? Mhm Jetzt kommt er Komm, komm Kimbali, komm mal, komm mal Er ist weg Er ist weg Ist noch einer da? Hier sind noch so eine Bären Ich behalte mal meinen BG für Notfall Hinter uns, wir waren gesniped, pass auf Hinter dem Baum Ich treffe gar nichts mit der Sniper, Alter Und der Taschenziner hat ihn hier vorn Noch mal unter Taschenziner So, der eine ist down Tot Sehr gut Sehr gut Ja, wir werden dann auf der Kamerade gezeigt haben Hast du die Medaille mitgenommen? Ja Okay, ich nehme mich nicht Ich weiß, dass wir da angezeigt werden Deswegen habe ich die nicht mitgenommen Mhm Es ist noch einer hier Oh Er ist down Sehr gut Jo, sein Mate ist hier unten Und hinter uns Aus der Richtung Ist der Mate tot? Mhm, ja, der ist gleich geplatzt, ja Aber hinter mir waren auch welche Die mich abgeschossen Ich weiß es nicht direkt Ich glaube, das war von da, ja Ich stand halt auf dem Dach, ne Oh, hinter uns, hinter uns Da, wo sein Mate war Die kommen, die kommen Ja, ich habe steps Ja Einer ist down Ich komme Ja, der ist one shot Sehr gut Oh, ich brauche den Biggie Ja, ne? Mhm Ich brauche die auch Meine schießt so langsam Die automatische Ja Die ist richtig stark Gibt ihr noch eine rum? Nein Ich nehme den Grau mit Aber die lädt echt lange nach Die Chase Pump Ja Oh, hier Hier bei mir auf dem Dach Ich komme, ich komme, ich komme Ich komme Oh Gott Was ist denn da los? Und wo? Pass auf Oben auf dem Dach Ja, hier oben Ach der ja Ah, der kommt runter Kommt weiter runter Ja, sie sehen mich Wo ich bin Scheiße Ja, deswegen hebe ich die Scheißmedaille nicht auf Ja, aber die gibt's Blue Life Ja Oh Gott, keine Ahnung, Seite noch Oh Gott, jetzt bin ich am Arsch Ich sterbe in der Zone, ich schaffe das nicht Oh mein Gott Der Ikram brennt Wie schrecklich Das finde ich Sowas finde ich ganz schrecklich Das war so Hühnchen Ich muss sie jetzt alle töten Wie viele sind das? Das sind verdammt viele Ah, ich knall sie jetzt alle weg Ich muss sie jetzt alle töten Ich bin zu weit weg Jetzt hast du mich gesehen Scheiße Ja, klar Fick dich Ich muss die Waffe wechseln Let's go Komm her Ja Noch einer Die verfolgen mich schon Ja, die wollen deinen Arsch Nein Heil dich Scheiße Nein, das schaffe ich nicht Es sind drei Stück, die auf mich losgehen Heil dich Scheiße, das schaffe ich nicht Es trifft mich noch einmal, bin ich weg Oh Gott Ich sterbe Mann Aber dieser Typ, der mich gekillt hat, der ist auch down Okay Muss jetzt ein anderes Team sein oder der von eben Der einer davon Ach, das ist schön Jetzt wird's genau gekriegt Die Tiere brennen sogar Kann man sich die Medaille sonst ab? Die Menschen sind so ekelhaft einfach nur Ja, wo die Wetter bauen hat, zeugt auf dem Aber ist ja egal Lieber die Banalie als du Einer ist weg Okay, nächster Also links vor dir lief auf jeden Fall gerade einer Da hinten irgendwo, ja Da unten Himali, heil dich Ah, Mann Oh Gott, ich bin nicht gegen Oh, ist nie bei Letzten Ich bin nicht im Arsch Ich muss mehr Es ist gut, bleibt da oben, du hast Highpoint Ich muss mehr umherlaufen Ich muss mich hier verstecken Ach, Mann, da machst du eine Dummheit Oh, Bruder Komm, sehr, sehr Jetzt rennt er hier Der ist so ein dummer Mensch Ich glaube doch einfach Heil dich Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich Heil dich, nehmen, 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 nehmen Jetzt Okay Die Waffe ist richtiger Schmutz, Mann Versuch's Lauf Ah, die haben das genürzt Shit Was läuft mit denen? Wieso nimmt man Milch auf nem Klo mit? Es kann sein, dass du das spielen musst Er kriegt ihn nicht klein Antibiotika, ja Wo findet man schon Antibiotika? Auf nem Klo, das macht Sinn Es ist vorlautlogik Mann, die treffen mich einmal Und ich bin tot Ja, niemand von euch hat mir was gegen Aggressionen gekauft Findet ihr das in Ordnung? Tja Welche Aggressionen? Ich bräuchte was für Aggressionen, ja Was für Aggressionen, ne? Hm Hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen, ne? Lass mich doch einfallen, Ruhe Ich lass dich in Ruhe, Brudi Du lässt mich in Ruhe Jeder ist zufrieden Was sagst du dazu? Ich find das ein richtig, richtig wunderbärischen Deal Jetzt kommt dein anderer Brudi auch noch Dass hier von beiden Seiten auf mich losgeht Ist natürlich richtig Fick dich Das wär's ja jetzt gewesen Alter, der Ekran stirbt, weil ich scheiße bin Das wär's ja jetzt gewesen Oh, guck mal wie sie gleich tanzen Oh, wir wollen gleich mal mein Favorite eben Hut machen Evin, du hast mich so erschreckt, dass ich gestorben bin Sorry Nee, aber echt? Jetzt darfst du spielen, hier, let's go Fick dir jetzt weg, du kannst mit Pfeil und Bogen spielen Nee, aber echt? Jetzt Schwimm mal deine Nippel Alter, fährt der nur eine Sekunde lang auf ihn geblieben No Da denke ich mir die ganze Zeit hier bei all den kleinen Wichsern Ja, genau, jetzt bin ich schuld Tobis schuld, alles Tobis schuld Nein Alles Tobis schuld Bruder, wo kommst du jetzt her? Scheiße, die sind wieder zu zweit Heil dich Die Sterne hoch, ne? Heilung Okay Bis gleich Bis gleich Tschüss Ah, schuld Oh 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 Sympathisch, Kim, sympathisch Ah, leck mich, Fett hat das jetzt wegetan Kim ist wieder gestorben Mhm Eine Hand Oh, Kim, wenn du mal guckst Guck dir mal die beiden Knochen an Guck dir mal den an Guck dir mal den an Ähm Gequollen hast Ich hab mir die Hand verstaucht, meine Mom wird mir noch die Hand brechen danach Mhm Damit sich das noch lohnt, zum Beispiel Ja, so Bist du Bumm Ja, das passiert Und geht's wieder, sowas passiert nicht Mhm Kriegst du nur noch ne Schelle obendrein Ja, würde sie machen, sie würde mir eiskalt ne geben Mh, mh Mh, mh Da steh ich nicht, sowas Du bist so dumm, dumm, dumm Mh, mh, mh Ja Ich kann mal reichlich diese Pfeile werfen Das war noch immer so So ein unnötiger Scheiß, dieses Spiel Und dann bist du noch so dumm, dass du die Hand verstauchst Ja, Mom Ich hab mir aber jetzt echt wehgetan, das ist jetzt nicht mal ein Schirm Boah, boodi Und ich werde dieses Level hier bestimmt noch 50 mal machen, keine Ahnung Das sind mir zu viel Ich brauche, ich brauche ne Taktik Und diese Musik hier macht mich grad ein bisschen wahnsinnig Ich brauche, ähm Ich brauche ne Taktik Äh, keine Ahnung Ehe, nur mal noch ein Durchkohlen und immer Taktik Ja, aber das geht nicht Weil, wenn ich den einen wegputze, sieht der andere... Warum ist mein Spiel denn jetzt so hell? Hab ich so lange gebraucht? Du bist schon da Ah, ja Ich muss den Ikran retten, okay Die Sache ist, wenn ich den jetzt wegmache Guck, dann sehen die anderen mich Oh Und dann ist es schon geschissen Es gibt keinen guten Spot, das ist ja die Sache Es gibt keinen einzigen fucking Spot, der gut ist Boah Digga, bei TikTok wird mir grad ne Frau äh vorgeschlagen Ich komm doch so ist erreich Digga Warte Bist du gut? Digga Warte 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 Das ist ein Schuss. Jo. Macht Hilfe. Macht Hilfe. Macht Hilfe. Ja. Ja, da war es voll. Ja. 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 Da musst du mal von der anderen Seite versuchen oder sowas kennen. KABOOM! Oder mit dem, ja genau, mit dem, ja genau mit dem, Gradatendinger. KABOOM! 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 Warum gehen die nicht kaputt? Oh, wo wir mal hin... Was sagen die mich gesehen? Okay Mali, das wird nix. Das wird nix Schöster Die haben Muni, die haben Muni. Wir sind nicht allein, ne? �et so voll die Chance, dass hier wirklich die Heilungsbäume sind. nein jetzt kommt nein nein wir das nervt mich ich war echt gut man ich hatte die drei mother fucker ausgeschaltet die brille aus die brille ich hatte die drei die drei mother fucker ist da ausgeschaltet jetzt habe ich die muni nicht mehr oder ist man ein schlechter mensch wenn man einem tod in seinen geldbeutel wegnehmen aber nicht gut ich glaube ich denke von der situation einfach der meinung nach der braucht es ja jetzt nicht mehr mal üben haben sie mich wieder ich habe eine karte Ich hab die Kräuter nicht ich hab ja schon das hier genommen sehr schön A1 ich krieg das nie fänden sich nicht sind immer ich mache die großen zu Snipermonie und ich hab Ja, brauchst du die? Ja Wenn du sie nicht brauchst, ja Ich hab grad auch nur Sniper Nice, nice, nice Klaut Kevin wieder Loot Nee 4 Steps Achso, bist du doch schon Du bist der Looter, ja Auch nicht Achso Kevin ist der Schlimmste Niemals Nee, ich hab noch nicht mal Blue Life, alter Das ist hier nicht gut Nix gefunden hier die ganze Zeit Ja, die Schlimmsteile Du bist... achso 110er Dicht Ich hab den Controller gerade fast gebrochen Bam Hast du mir den F-Mobst? Ja Komm Der Marcel wollte schnell beschützen Ja Genau Wollte ich nur beschützen Du hast ja gesehen Du hast ja gesehen, dass du Schwierigkeiten hast Und da kam er Der Retter in der Not Ähm Äh, hier ist noch ein BG Hier, hier, hier Ja, ich komm sofort Guck erst, ob wir noch Fässer sind Ähm, ich hab auch ein BG gefunden Guck 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 Nimm dich hin Was sind das? Wie komische Duschen Wieso gibt es Gas hier? Ähm Ich sag jetzt nix Ich hab da mal sowas gehört Das ist geil witzig Ich stelle eine Gasflasche und einen Duschkopf Das ist sehr komisch Hähähähäh Hähähähäh Wir haben jemanden, die unsere Schuhe zu töten Schau sie weg hier, weil Brogan setzt auf der Ruhm Ich bin dran Niemand wird durch Ja Ja Die haben Hilfe gescheckt Die haben Hilfe gescheckt Die haben Hilfe gescheckt Wo sind denn jetzt die Gegner hin? Mann! Ich schwörs, das kann doch nicht sein Ich stell mich irgendwo in ne Ecke glaub ich Kann doch nicht sein Du hast eine Mischkopf Du hast einen Mischkopf Hier ist ein Mischkopf Was ist das? Ich bin ein Mischkopf Ich bin ein Mischkopf Ich bin ein Mischkopf Ich hoffe, der Ikran zerfetzt dir den Arsch, Mann. Nein, 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 heil dich, heil dich. Ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf, ich gehe installiert aufs Spiel. Ja, aber deswegen will ich es nicht im Stream spielen, weißt du? Das ist der Grund. Doch, der Frust zieht Leute an. Ja, nee. Die blöden Kommentare, die die Leute dir da machen, das können sie dir auch sparen, weißt du? Weil selbst spielen würden sie auch nicht. Kriegst du einfach so den Chat, du bist scheiße. Was ist das? Ich könnte Dylan so um den Neck. Du bist nicht gekommen. Hm. Ja. Hast du da rauf, oder? Wie sieht das aus? Wo ist das? Nee. Aber da werden höchstwahrscheinlich die Gegner, sagen wir. Aber da sehen wir die. Hm, ich sehe niemanden. Da. Ich muss die Stöcke machen, Kim. Das ist nicht so. Ja, das bin ich. Ich kenne die Waffen noch nicht. Ich lasse meine Sniper mal hier. Also das Schlüsselknacken im Spiel ist schon bald. Ich habe meine Lila-Waffe aufgenommen. Das ist Kevin. Ja. Ja, halt. Jetzt die ich euch mal da und nennen sie. Oh mein Gott, der Helikopter schießt auf mich. Lass uns mal hier raus. Der fährt in die Tone. Ja. Ich komme immer ein Stückchen weiter. Wie mache ich den Heli denn kaputt? Wie mache ich den Heli kaputt? Keine Ahnung. Wie mache ich den Heli kaputt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So ist das gemeint. Jetzt verstehe ich. Oh, hier bei mir sind Schüsse. Also? Hier oben auf dem Werk läuft einer. Und dann der Zehner. Hm. Kim von Stiefs. Nein, dann geh aus dem Zimmer raus. Dann geh aus dem Zimmer raus. Putain. Oh, sehr gut. Was pushen. Putain, ich treff den nicht. Ja, Kevin, dann halt auch die Klappe. Oh, Güfte. Nein, wenn ich sie halte, kannst du sie auch halten. Ich glaube, hier sind alle weg. Dann schau los. Oh, ich, dein Haus wizante. Oh, es reicht. es ist ein bot der die steps macht verwundert hier ist noch ein donner salvo in lila wenn du brauchst die donner salvo ich habe schon eine von vorhin naja ich versuche es eh nicht mehr knall mich ab alles gut hier ich hab's dass man ja okay da war alleine warum kommen die denn immer alleine pushen alter was sind das denn für welche auf der insel sind hier laufen welche die fahren mit auto hier hier haben diese diese marken hier ist ja genau hier ist der auto kommt Als wir mit der Neural-Control-Interface versuchten, wurde es komplett ausgerüstet. Es brachte durch seine Containment-Chamber, als ob es aus Papier gemacht wurde. Er hat Michelson, Cobb und Sumatri in einem Moment. Ich bin gar nicht sicher, wo er ist. Er hat sich in die Facilität in die Nähe von Zeno. Mhm. Ich habe ihn noch gesehen. Ich werde einen Rennen für das Com-Relay. Okay, er hat ihn noch nicht mal gesehen und er knallt mich ab, Alter. Oh, fuck. Keine Sheet Break. Scheiße. Er ist gerade ein Minion. Oh, ich habe einen Allergang. Ich habe einen Digi-Fix. Ja. Ein Disregard für Personal-Property-Rights. Mhm. Okay. Dauersucht hieß, Alter. Battle-Pass schon komplett voll. Aber wir sind alle tot. Der Com-Relay ist verletzt. Der ganze Raum ist verletzt. Wir können Hilfe für Hilfe. Ich kann die Geräte nicht hören. Ich kann die Geräte nicht hören. Ich kann die Geräte nicht hören. Und mehr Menschen, der Knie. Mhm. Ja. 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 Sag, sag, sag. Sag. Ja. Ist in Ordnung. Komm, fetz mich weg. Ist mir auch egal. Ich rann einfach zum falschen Baum. Komm. Ich hab keine Heilung mehr. Doch, du bist ein Heilbaum, ne? Was ist dieses Scheiß Christ? Ich hab es dir. Ich hab es dir. Ich hab den Außen. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Oh. Ach so, hier ist ein Bot. Wir sind noch in der Blaue. Ja. Ja. Das kann doch gar nicht sein. 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 Ja. Das kann doch gar nicht sein. Ja. Das kann das gar nicht sein. Ja. Aber er wird nicht verschossen. Er wird nicht angegriffen von den Pflichten. Warum? Ich habe genug von Ihnen gehört! KILL THEM! Time to air! Interessante combat. It is not my primary function. Ja, ja, ist in Ordnung. Deine Haare gucken oben raus. Yeah. Lass es gehen. Ich glaube, das macht er nie wieder. Er schießt noch einer. Ja. 110. Hier läuft aber irgendwo noch einer. Ich bin noch... Jo, vor mir. Jo, ja. Ja, gut. Mal bei der Letzte. Was ist das? Ja! 9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 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 16 Ich check's nicht. Ich sitze nicht gut, mein Arsch, tut weh. Ich stehe, wenn ich nach rein kann. Ja, ja. Ich kann halt so nicht hin. Ist schon noch kippt? Nein. Wo schickst du? Ich denke, bei der nächste Kälte schluncht man halt durch den Negra. Ich glaube, Dobi will raus. Ich mach's nicht gerade zu den Eindruck. Okay. Gut dann, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Ja. Ich hab's gestört. Wenn sie gleich stört will. Natürlich tun das. nato ich kann natürlich nicht mehr durch niemals was ich mache muss für das du hinzukriegen nein du könnt den helikopter an der künftigen helikopter den arsch versäult siehe nach sumi an der abstützstelle wird eine abstützstelle märche adon wo's nicht kram Äh, ich stehe noch gleich heimspät, dann stehe ich gleich ein bisschen in der Höhle. Also, dann ist gleich, Beppo, ich sehe schon 50 Mal gestorben gerade. Nee, alles okay. Oder irgendwie 100 Mal. Ich muss jetzt mal Sachen machen und das mal Rätsel. Nee, da war ich. Und fand ich da Lustraum? Ja. Ja. Oh, ich sehe, komm, ich muss doch up. Äh, up. Oh, Bruder. Schon einen Schnitt gesehen. Hallo, mich halt permanent Rufzugerei machen. Ja. Okay. 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 Oh, my God. Oh, my God. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020